Sportwetten Sonntag 27.09.2020 Gewinn, 112.413 Euro mit Quanten-Anne Arling-Autor Die seltsamek kennt sie YouTube, heute habe ich gedacht, wir gewinnen etwa eine halbe Million Euro aber leider sind zwei Kombi-Wetten geplatzt, insbesondere weil Bayern München verloren hat. Aber trotzdem hat die Gewinnkombination fast 115.000 Euro gebracht und der Verlust der beiden anderen Einsätze ist leicht zu verschmerzen. Es sind also allem in allem 112.413 Euro Nettogewinn geworden und das ist hoch erfreulich. Hoffenheim bei München BL 1 1 und 04 zu 1 10 Euro 10 Euro Nürnberg-Sandhausen BL 2 1 und 01 zu 02 Euro 15 21 Euro 50 St. Pauli Heidenheim BL 2 1 und 04 zu 2 2 55 Euro 54 Euro 83 Dresdenmannheim BL 3 1 und 01 zu 1 3 Euro 75 20 45 Euro 205 Euro 59 Talina Tattoo Est 1 und 0 3 zu 1 2 Euro 50 513 Euro 98 Lötig Zulte-Wahregem BL 1 und 02 zu 2 3 Euro 75 19 27 24 4 Euro Hardback Graz A.U.T. 1 und 01 zu 1 3 Euro 40 6553 Euro 30 Salomiki Ioannina G.R.E. 1 und 0 2 zu 2 3 Euro 50 22936 Euro 55 Verona Udine C.T.A. 1 und 0 1 zu 0 2 Euro 65 60781 Euro 86 A.H.U.S. Oden Sedan 1 und 0 4 zu 2 1 Euro 90 115 485 Euro 54 Einsatz 2 mal 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 2 gleich 1024 X Minus 1024,00 Euro Einsatz 2 Wette 2 mal 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 2 gleich 1024 Klammer auf verloren Klammer zu Minus 1024,00 Euro Einsatz 3 Wette 2 mal 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 2 gleich 1024 Klammer auf verloren Minus 1024,00 Euro 112.413 Euro 54 Klammer auf verloren 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 Klammer